Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal W.O.T. Kleiner Panzerfreund Das nächste Event von Wargaming kommt bestimmt Und dann gibt es wieder diesen KV-220 Der Tier 5er Premium Panzer der Sowjetunion Gewiss wieder im Angebot Und ich möchte euch jetzt mit einer Replay-Reihe die Vorteile und die Stärken dieses Panzers zeigen Er ist auf jeden Fall zu empfehlen Ich habe nicht bereut, dass ich ihn gekauft habe Ich habe vor einiger Zeit schon mal ein Spezial über ihn gemacht Da hatte ich ihn selbst noch nicht Und da hat der Dingbrand hier im Gameplay zur Verfügung gestellt Und jetzt kann ich ihn mein Eigenen nennen Ich habe da auch ein Skin dafür gebaut Der gemasselt Der passende Und bin hier im Zug Mit dem Panzer 1603 Auf der Karte Pendelplus In einem Tier 5er Standard gefecht Ja und auf dieser Karte gibt es hier drei Möglichkeiten den Angriff zu führen Ich halte mal ganz kurz an Einmal ich fahre mit meinem schweren Panzer hier entlang Über diese Straße Ihr seht es auf dem Minimap Das heißt also von D0 rüber zu A7 Oder ich fahre direkt durch die Mitte der Map Rüber zur feindlichen Base Oder ich fahre hier links auf dem Bergkamm entlang Also mit einem Heavy sollte man es vermeiden Nach meiner Meinung zumindest Da unten am Wasser erlangt zu fahren So Jetzt gucken wir mal was da jetzt Passiert Unseren Panzer 1603 Da spielt die SU-85I Und dass er jetzt mich nicht hier Auf diesem Weg begleiten kann Das liegt auf der Hand Mit so einem G8-Panzer Würde man aus der Ziele Oder aus der Tittenrassen schießen Versteht ihr jetzt? Naja und wartet halt drauf Dass er zusammen geschlossert wird Immer schön Wenn da ein Panzer hinter einem ist Oder auch mehrere Die einen dann blockieren Ich kann euch nur Die Bitte mit auf den Weg geben Wenn ihr da spielt Nehmt Rücksicht Und eure Mitspieler Ich habe schon oft leider Es zeitliche Segen 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 müssen Weil die Mitspieler Nicht Hier Platz Beigemacht haben Damit ich habe mich Zurückziehen können Ihr seht Man muss hier aggressiv Nach vorne pushen Ich habe jetzt den BDR rausgenommen Ich habe auch jetzt den AT2 Als Deckung genommen Ohne ihn zu behindern Ganz klar So zu nett sein Parallel hat unser Panzer 16 und 2 Auch einen Abschuss zu bezeichnen Der KV 220 Was habe ich da eingebaut? Ich habe eingebaut Einen Ansitzer Einen Waffenrichtantrieb Und ein Scherenfennrohr Ihr wisst nicht Meine heißgeliebte Artillerie So noch einer Sollste verdienen Kappt Link mal der Abschuss Weg ist Und jetzt Muss ich mich da runterstürzen Ja das war mir jetzt egal Ihr habt es ja nicht gesehen Ich habe von der Stufe 3D Habe ich hier einen Treffer bekommen Und deswegen wollte ich mich einfach in Sicherheit bringen Mittlerweile hat unser Panzer 16 und 3 Da auch nochmal Schaden gemacht Ihr seht es später auf der Auswertung Spiel ist eigentlich gewonnen 13 zu 6 Ich bin froh dass ich nicht im Gegnerteam bin Jetzt haben wir noch eine M7 Priest Und die Stücke Und die Stücke Ah der AT2 schießt in den Dreck Kann ich mir den Abschuss noch holen? Hier liegt der Dreck Ja Weg ist er die Artillerie 6 Abschießer Oh Da schießt jemand Guck mich Geht nicht auf Ich entschneide mich Nicht zu käffen Ich habe nämlich keine Lust Mich da auf den Käpp von der Stuckzappen Schießen zu lassen Da steht sie die kleine Ratte Und weg ist er Erlaub Spiel ist gewonnen 6 Kills Mein Krieger ist mir sicher Und jetzt gucken wir uns mal die Auswertung an Ja Das war ein Sieg Und das Überlegenheitsabzeichen 2. Klasse Dann wieder 2 Mickey Mouse Medaille Und die Pascucci Medaille Weil ich hier Die Artillerie gekillt habe Und die Großkaliber Und die Krieger Und jetzt zeige ich euch hier was Und zwar sieht man hier auch Warum das wir gewonnen haben Der Panzer 1603 Und meine Wenigkeit Wir haben zusammen Fast 2300 Damage gemacht Und unser AT2 Und der T67 Noch einmal über 1400 dazu Und im Gegnerteam War denn ihren Beste Die Stuck 3 Ausführung G Das war der Der bis zum Schluss Überlebt hat Der hat fast 1000 Schaden gemacht Und dann geht es Rapide runter Und dann sieht man hier Dass hier etliche Spieler Versagt haben Der Crusader Null Schaden Panzer 34 Der noch im Zug war Mit dem T34 Null Schaden Die Selbstfaller Fälle Null Schaden Und das ist halt Das Da kann einer sich noch so mühen Er hat ja seinen Job gut gemacht Da verliert er Da hilft alles nichts Und jetzt gehen wir mal Auf die Detailauswertung 16 Schüße abgegeben 16 getroffen 14 penetriert Schaden habe ich schon genannt 4 Treffer habe ich kassiert Keiner ging durch Panzerung hat Mit 480 Schaden abgehalte Ein Fahrzeug gespottet Eins beschädigt Sechs gekillt Dann habe ich sogar noch Aufklärungsschaden gemacht Von 296 Und bin 1,3 Kilometer gefahren Und unser Panzer 1603 Hat auch einen guten Job gemacht 11 Schüsse abgegeben 10 getroffen 7 penetriert Schaden 1022 Einer hat er selbst kassiert Es ging auch durch Ein Gegner hat er gespottet Und 3 Gegner hat er Beschädigt Und einer zerstört In der Auswertung Wie es aussieht Mit Credits Habe ich hier auch Ein schönes Plus zu verzeichnen Und zwar Habe ich netto Fast 42.000 Credits verdient Und hätte ich ohne Premium Account gespielt Wären es immerhin noch fast 30.000 Credits gewesen Also nicht schlecht So, das war Gameplay Nummer 1 Jetzt gucken wir uns Gameplay Nummer 2 an So, das ist jetzt Gameplay Nummer 2 Ich bin wieder mit dem Panzer 1603 Im Zug Auf der Karte Himmelsdorf im Winter In einem Tier 5er Standard Gefecht Okay Und jetzt gucken wir mal Wie man den KV-220 In der Stadt spielt Ich habe ja schon erwähnt Bei meinem Spezial Über diesen Panzer Dass er Eine starke Frontpanzerung hat Da vorne Von 100 Millimeter Natürlich hat er auch Zwei Schwachstelle Das ist einmal Der Fahrerschlitz Und die MG Kuppel Ansonsten ist er aber sehr hart Rechts und links Ist er mit Was ist das glaube ich Ich weiss es jetzt Keine Ich müsste jetzt liegen 80 oder 90 Ich glaube 90 Was er auch sehr hart Der Turm ist am weichesten Mit 75 Millimeter Wobei es vorne Die Kanonenblende Da wo dieser Wulst ist Da ist er auch wieder sehr hart Die Kanone Die hat einen Durchschlag Mit Standardposition Von 99 Und mit APCR Position Von 121 AE 38 Beim Schaden Von 56 Ich bin jetzt richtig frech Ich fahre hier ganz kick Nach vorne Auf die Mitte Gas Der ging nicht durch Falsch Jetzt aber Jetzt aber Jetzt aber Da haben sie nicht mal angekratzt Ihr habt es also gesehen Das kann man schon machen Was ich jetzt mache Ist falsch Radaus vorfahren Macht man nicht Immer Zickzack vorfahren Aber ja Nobody is perfect So jetzt bin ich Spur rechts ab Mal gucken was tut Sie ist fast Der ging nicht durch Die haben uns eine Kette Wir stecken fest Der ging nicht durch Klar und der Kette Schießt mal hin in die Böse Der ging nicht durch Weiter geht's Wo soll sie hin Die haben sie nicht mehr angekratzt Jetzt brennt er Natürlich müsste er wissen Ich würde jetzt nicht Allein da so willlos Vorfahren Und der eine würde sagen Was macht er dann Ich habe mich hier Im TS mit dem Panzer 1603 abgesprochen Dass ich hier Jetzt nach vorne gehe Drücke Push So Den habe ich jetzt Ausnehmen müssen Ah ja Der ist wieder herrlich Der ist wieder herrlich Eine unserer Ketten Ist zerstört Wir sitzen fest Kette repariert Weiter geht's Oh gut da Wer freckert Voll durch ihre Panzerung Wir sind bewegungsunfähig So Ich habe getriegt Zeigt mal schön seinen Arsch Ja ich probiere hier mich jetzt zurückzuziehen Natürlich will ich ihm auch jetzt Ähm Den unbedingt meinen Schwachpunkt Zeige Ich habe noch 3% Struktur Der geht unbedingt Bischarer Unbedingt Ganz scharf Ich kann mich auch Bewegen Und ihr seht Man kann auch mit dem KV 220 Ein Duell Mit mehreren Panzern Gewinnen Unser Panzer 1603 Wurde leider Aufgeraucht Ich wollte eigentlich Mit dem dann Gemeinsam Nach vorne Puschen Weil allein Hätte ich das jetzt Nicht gewagt Aber er ist dann leider Auf dem Weg zu mir Aufgeblasst Der Armperl Und schwebt jetzt als kleiner Nackter Engel über mir Und schwingt die Harfe Ja ich kann Ich kann schon böse lachen Das ist auch nicht das Smigel der so lacht Das ist das Gollum Das Gollum lacht böse Das Smigel hat Mitleid Der Matta 38T Verglüht jetzt Ist wie der so Kickt der Bub Der denkt hier Er werde Käse Weil er stinkt Oh jetzt stinkt er Jetzt kogelt er vor sich hin Und jetzt Die M37 Die steht doch schon Und wartet drauf Dass ich Einen Headshot Gibt Die bettelt rum Komm lieber Smigel Komm um die Ecke Die Ecke drauf So ihr habt es gesehen Ich war ziemlich aggressiv Der eine oder andere wird wahrscheinlich jetzt sagen Ach das kann ich nicht spielen Um Gottes Wille Das war kein Selbstmacht Das war kein Selbstmacht Es hat geklappt Das kann man machen Wenn man weiß Wie man den Panzer spielt Spielen kann Und was er Alles so aushält Und ich habe so gespielt Wie gesagt Weil ich gedacht habe Der Panzer 1603 Wird nachstoßen Aber er wurde Dahinne Von Der Gegner Doch aufgehalten Und hat es dann nicht gepackt Hat mich aber jetzt Als kleiner Engel Beschützt Und hat mir dann geholfen Trotzdem den Krieger zu holen So und jetzt schauen wir uns Die Auswertung an Nun das war wieder Ein Sieg Diesmal habe ich Das Überlegenheitszeichen Erster Klasse bekommen Fünf Mickey Maus Medaille Auf die ich wie immer nicht eingehe Dann hier der Spartaner Stahlwand Großkaliber Und der Krieger Das ist eine Medaille Darauf kann man wirklich stolz sein Weil so eine Krieger Medaille Bekommt man nicht allzu oft Das wisst ihr selbst In der Team Auswertung Bin ich mit 1573 Schaden 6 Kills Und 1203 Erfahrungspunkte Auf Platz 1 Und sein Panzer 1603 Dem er ja folgen wollte Hat ja auf dem Weg Und der Gas entlang Gleich ordentlich Treffer Kassiert Aber er hat sich dann Trotzdem noch teuer verkauft Und hat 604 Schaden Ausgeteilt Der Mater 38 Stehend Hier vierer Hat es auch gut gemacht Fast 1000 Schaden Und da sieht man Und da sieht man es auch wieder Der gegnerische KV1S Hat hier auch Einen guten Job gemacht Der hier auch Auch Und dann ging es dann Wieder runter Esu 85 Das war der kleine Freche Drecksack Der als der an mich Gegangen ist Den ich dann Fast nicht bekommen habe Weil er so flach war Aber haben dann auch Trotzdem ausschalten können Hat null Schaden gemacht So 29 Schüsse abgegeben 25 getroffen 14 durchschlagen Schaden habe ich schon genannt 28 Treffer habe ich kassiert 7 gingen durch 21 hat die Panzerung geblockt Und zwar ganze 2540 Damage Hat die Panzerung abgehalten Nicht schlecht Ein Fahrzeug habe ich gespottet 6 zerstört Hab noch 65 Spotting Damage bekommen Bin etwas mehr als 1 Kilometer gefahren Da ich hier auch mit Premium Munition geschossen habe Habe ich dann trotzdem noch 21405 Credits rausbekommen Mit dem normalen Account Hätte ich auch noch Fast 5000 Credits verdient Also kein Minusgeschäft gemacht Okay Jetzt habt ihr gesehen Wie der Panzer Sich spielt Und jetzt gehen wir Zum Gameplay Nummer 3 Und da werden wir mal gucken Wie macht es so ergeht Nun Ich befinde mich mit meinem KV-220 Wieder in einem Tier 5er Standard Gefecht Auf der Karte Kloster Diesmal bin ich leider Nicht im Zug Ihr werdet es dann später auch sehen Warum das ich gesagt habe Leider Nicht im Zug Und Das Team ist Ist auf wenige Ausnahme Recht rot Und Gegner Team Ja es ist durchwachsen Und jetzt gucken wir mal Wie man es jetzt hier ergeht Mit meinen Schönen Frisch geputzten Und polierten Panzern Ich gehe natürlich Ich gehe irgendwo zurück In den Busch Oder hinterm Hügel Und ich entscheide mich Nach rechts zu fahren Die 8er 9er Linie Am Wasser entlang Herrliche Landschaft Das können wir mal Urlaub machen Das Wasser Das hat bestimmt Trinkwasserqualität So wie das aussieht Aber es ist bestimmt Kant So jetzt Kommen wir mal da Ich vermute Gleich haben wir Feindkontakt Ajo Hab ich es nicht gesagt Ich kann doch mal Pappenheim machen Das muss Wenn ich den Spruch Schon her Kriege ich die Kretze So stehlen sie wie falsch geht So stehlen sie wie falsch gilt Ich probiere abzulenken Das ist schon mein Manchmal der Gedanke Dass mein Kollege Ihn zusammenschießt Der Kupananda Er hat mich jetzt wenig tangiert Er ging voll durch ihre Panzer rum Und ihr seht schon 5 zu 7 Wenn ich halt im Zug gewesen wäre Hätte ich zu meinem Didibra Oder zu meinem Panzer 16 und 3 gesagt Achtung Ich ziehe jetzt Was macht er jetzt Ich ziehe jetzt Das Feuer auf mich Schallt du jetzt so schnell wie möglich Der KV1 aus Aber unseren KV1 Der hat sich mit dem Kupananda beschäftigt Und so konnte der KV1 Mir halt auch Schaden zufügen Zweimal ist er durchgekommen 5 zu 9 Ja das ist bitter D34 Da steht er Der Freund So So Wo bin ich die Luke neu So Weg dieser Man muss alles selber machen 6 zu 9 Ich frage mich Was machen dann die Kollegen Ja das ist das Problem Das sind dann so Schöne Karten hier Mit so schönen Flüssen Da haben sie bloß Den Urlaub im Kopf Denken an den Baggersee Und spielen dann Scheiße zusammen Ja Unser KV1 Unser Miss You Der fährt jetzt Weiter nach vorne Wer ist jetzt Mit dem Im Zug Gewesen Hätte ich zu ihm Gesagt Komm zurück Wir tun jetzt Unsere Base Verteidigen Gemeinsam Sind wir stärker Vielleicht hätte ich Auch jetzt Vorfahren Sollen Und dem Mission Helfen Aber ich denke Ne Da ist schon Ja Seht das Da ist schon Ein Luchs Der hat unsere Artie Ausgeschaltet Und der Luchs Der Käpt jetzt auch Also war die Entscheidung Richtig Zurück Zufahren Ich rufe noch Hilfe Aber den Miss You Der Verhärt Nicht Und stirbt So sehen Sie Die Jungen Leute So Den habe ich Jetzt Mal Gesettet So Der Kleine Scheisse Erdrück Er Juckt mich Gar Nicht Der Setzen Fest Wir Kommen Wir Haben Sie Weiter Geht's Der Luchs Der Luchs Macht Der Schongo Lungo Ja 9 zu 12 Unsere Durchbruchs Frage 2 Ich will dem Pasch geben Das ist ein Mistpanzer Wer den spielt Der Selbst Schuld Oder Geizig Geizig Warum Ja Den Überspringt Man Ja Die Panzer Selbstfahrlafette 4C Das ist Ein Gutes Spieler Der Hat Schon 5 Abschüsse Der Alte Base Camper Dieser War Jetzt Nicht Negativ Gemeint Die DB2 Fährt Jetzt Der Run In Der Tod Ah Ja Das Macht Man Doch Annet Ei 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 Er hat gemeint, er wäre flink. Aber ich war flinker. 10 zu 13. Was macht denn der Igor? Der fährt da hinten rum, aber auch nicht falsch geht. Ai, 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 wie glaubst du das? Ja, ich denke, was willst du denn da jetzt machen? Lass uns einfach mal kommen. Und fährst du hin in den Busch. Man glaubt es kaum, der gegnerische Valentine hat auch 4 Kills. Mittlerweile ist unser Igor auch abgeschossen worden mit seinem Chi Lu. Su-85b. Ihr wisst selbst, ein gefährlicher Tier 4er TD mit einer Mörderkanone. Von seiner selbstfahler Fette. Hat auch eine sehr gefährliche Kanone. KV-1 muss ich euch jetzt gar nicht was dazu sagen. Ah, komm mal, da ist was. Hat der mich aufgemacht hat? Man weiß es nicht. Eigentlich, eigentlich sollte er mich nicht aufgemacht haben. Aber es kann auch sein, dass dieser Valentine einen sechsten Sinn hat. Und die Meldung bekommen hat, dass er offen ist. Und hat sich deswegen zurückgezogen. Jetzt schalte ich mal um auf Premium-Mulition. Dann hat er so einen kleinen moralischen Beistand, der mir bleibt. Und da ist er. Hehehe. So, Barsch. So, ich da ein Fett kriegt. Oh. So, und den ersten Top-Spieler habe ich auch ausgeschaltet. Das kommt davon, wenn man so keckig ist mit seinem Jagdpanzer. Ja, aber ich bin jetzt offen, ne? Ich bin jetzt offen gewesen. Man weiß, wo ich stehe. Jetzt muss ich sagen, habe ich einen Fehler gemacht. Prall ab. Klapsches. Und bin tot. Ja. Äh, der Grand hat mit Gold-Mulition geschossen. Kein Vorwurf. Ist ein gutes Recht. Äh, bei dem KV-1. Ich habe drauf geschossen. Ich kann es euch nicht sagen. Wo die Granat hin ist. Alla. Ich. Hab verloren. Ich hab mich tapfer gewehrt. Hab 1772 Schaden rausgehaue. Aber ihr seht's. Wenn es nicht sein soll. Dann soll es nicht sein. Und jetzt kommen wir zur Gefechtsauswertung. Ja, das war leider eine Niederlage. Hab trotzdem es überlegt. Ins Heizabzeichen 1. Klasse bekommen. Auch wieder solche 3 Mickey Mouse Medaillen. Hab sogar hier richtig fett verdient. Fast 53.000 Kredits. Hab den cool, ähm, äh, äh, Hedded bekommen. Den, äh, Verteidiger, den Großkaliber und den Krieger. Hab hier 1772 Schaden gemacht. Und unseren Missyukahiro hat auch einen guten Job gemacht. Also wenn man das jetzt vergleicht. Den ihr beide Top-Spieler. Mit uns beide. Haben beide nicht unseren Schaden gemacht. Aber, was fällt auf? Das Team. Ansonsten war recht. Gut. Wir haben dann 900 fast gemacht. Über 700, 700, 600. Und bei uns ist es dann, nach uns beide, ist es direkt abgefallen. Der nächste auf Platz 3 hat 400 Schaden gemacht. Die Hälfte von dem. Der hat die Hälfte von dem gemacht. Der hat fast nur ein Drittel gemacht. Oder das, ja, das ist ein Drittel. Na, bisschen, 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 bisschen mehr wie ein Drittel. Und so geht es dann so runter. Ja, und das ist halt das, das einem dann das Sieg kostet. 26 Schüsse habe ich auch wieder hier mal abgegeben. 22 haben getroffen. 19 durchschlagen. 30 Treffer habe ich kassiert wieder. 7 gingen dann durch und haben mich dann auch gekillt. 23 sind abgeprallt. Machado, meine Panzerung hat 1109 Damage abgehalten. Zwei Gegner gespottet. Einer beschädigt. 7 zerstört. Die Base habe ich auch noch verteidigt. Habe dafür 76 Punkte bekommen. Und bin 2,34 Kilometer gefahren. Aber, alle Mühe umsonst, trotzdem verloren. So, das war jetzt Teil 1 der Präsentation vom KV-220. Seid bitte gespannt auf Teil 2. Da wird es nämlich mindestens genauso spannend. Und der folgt auch in Kürze. Dann habt ihr euch wirklich einen Eindruck machen können über die Kampfkraft dieses Panzers. Und wenn das nächste Event kommt, dann liegt es an euch, den Panzer zu kaufen. Oder auch nicht. Ich wünsche mir weiterhin viele treue Abonente, Kommentare und Likes. Ich wünsche euch viel Erfolg bei World of Tanks. Und bis zum nächsten Gameplay. Tschüss.